Hallo und herzlich willkommen zu Welt 1.23 und Plants vs. Zombies Teil 2. Wir machen noch eine kurze Aufnahme hier. Oh, 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 es ist wieder Kamelflaasch. Jawohl! Okay, ich bin gespannt, ich bin ja eigentlich total schlecht bei dem. Aber schauen wir. Oh, und wir bekommen noch ein neues Symbol, jetzt auch noch ein Kleeblatt. Ähm, okay, Kleeblatt hier. Dann haben wir jetzt hier keine Kombinationsmöglichkeit mehr. So, den hier. Sonne haben wir hier keine. Da ist ein Cone. Äh, scheiße, der war hier. Hier ist eine Kappe. Wo haben wir die Kappe? Da war er doch. Nein, hier war er. So, ich bräuchte eine Kappe. Da haben wir eine Kappe. So, äh, ich bräuchte eine Sonne. Genau. Jetzt hier noch ein Cone. Da ist ein Cone. Da ist ein Kleeblatt. Hier ist ein Totenkopf. Da ist auch noch mal ein Kleeblatt. Kleeblatt. Genau. Äh, Sonne ist vorne. Hier einmal. Ah, schon wieder Totenkopf. So, Sonne ist vorne. Was ist hier? Ein Blauer. Ähm, den will ich. Ein Blauer ist vorne. Noch ein Blauer. Scheiße. Äh, Sonne ist vorne. Ein Blauer. Totenkopf und Kleeblatt. Kleeblatt. Äh, ich bräuchte einmal Glück. Totenkopf. Kleeblatt. Kleeblatt war doch... Ne, da ist ein Cone. Da ist ein Kleeblatt. Äh. Na? Sonne. Tot. Nein, Cone ist oben. So, Kleeblatt. Äh, ich bräuchte Sonne. Kone ist oben. Kleeblatt, Kone. Äh, Totenkopf. Klee... Na, Kleeblatt. Und hier ist ein Kone und eine Sonne. Äh. Scheiße. Klee... Sonne. So, wie sieht's hier aus? Kleeblatt, Totenkopf. Äh, Kleeblatt, Totenkopf. Sonne. Wo... Da oben ist ein Kleeblatt. So. Oh, Jungs. Wollt ihr mich veräppeln? Da ist ein Totenkopf. Und ein Cone. Totenkopf. Noch ein Totenkopf. Cone ist oben. Noch ein Cone. Was ist vorne? Cone. Hier ist eine Sonne. Äh. Scheiße. Sonne. Ach, ich versag grad. Sonne ist da hinten. Was ist hier ein Totenkopf? Okay, Glück gehabt. Hier ist ein Cone. Na, der Cone war hier. Da ist die Kappe. Die beiden Kappen. Jetzt hier. Na, dann machen wir die Kombination so. Ja, das war Level 1, 23 vom ersten Tag. Und ich bin gespannt, was wir für ein Geschenk bekommen. Ein neues Kostüm für unseren. Sieht beschissen aus. Gut, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Das war die Runde 1, 23. Es ist nicht mehr ganz so viel bis zum absoluten Weltenentgegner. So, gucken wir. Aber wir bekommen jetzt auch gleich noch die großen Pflanzen. Das sind noch ein Level. Dann kommen wir zum Endgegner. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge 1, 24. Und ja, ich wünsche dir auch viel Glück. Bis dann. Ciao, ciao.